jo freunde was geht ab willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal ihr vielleicht schon hört ich bin ein bisschen erkältet aber ich habe kein corona ja gestern haben mich viele im stream gefragt wie du überhaupt ein stream machst und wie du dein handy mit dem computer verbindest das zeige ich euch alles heute in diesem video als erstes ich zeige euch erstmal wie man streamt und dann wie man wie man abos an wie man das handy mit dem computer verbindet also erstmal schritt für schritt also wenn du streamen willst dann gehst du hier auf firefox das steht vielleicht bei dir dort auf handy brauchst du 1000 abonnenten oder 10.000 ich weiß es nicht mehr um zu streamen aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus dann gehst du einfach auf youtube auf die startseite von youtube und dann gibt es hier vier hier youtube apps benachrichtigungen und mein kanal da gehen wir mal auf erstellen dann video hochladen oder live stream starten dann gehen hier hin und dann schließen das war der leistung von gestern und gibt irgendwas ein zum beispiel test ich mache es jetzt auch privat aber ihr macht es wenn ihr stream wollt wahrscheinlich auch öffentlich dann gaming autos fahrzeuge musik sport komödie menschenblocks gaming unterhaltung also ich mache immer gaming und wenn ihr wenn ihr ein besonderes spiel spielt dann zum beispiel brawl stars brawl stars 2017 dann wird euer stream meistens auch gefunden wenn jemand nach brawl stars und live sucht genau da können noch eins spielen ja ist speziell für kinder oder so nur ab 18 oder so benutzer definiertes thumbnail und so weiter halt dann gehen wir auf stream erstellen und dann kommen wir dorthin so jetzt zum starten der vorschau streaming software mit stream mit zum starten der vorschau streaming software verbinden dann ist hier der stream schlüssel den würde ich im stream nicht zeigen sonst kann jemand euren stream hacken dann macht ihr so ich kann das nicht mehr das ist speichern kurz und da seid ihr hier dann geht ihr auf datei und dann geht ihr auf einstellungen dann seht ihr hier allgemein stream ausgabe audio video hot case und erweitert dann geht ihr auf stream dann müsst ihr hier euren stream schlüssel einfügen wieder strick v das ist jetzt unser stream schlüssel dann geht ihr auf ok und geht auf stream starten dann kann es eine weile dauern und dann wird das hier blau und leute das ist übrigens open board open broadcast softwares damit könnt ihr also das sind eigentlich eine streaming software aber das kann man jetzt auch wie ich zum aufnehmen benutzen und wir das findet einfach obs eingeben obs download und hier könnt ihr aussuchen windows installer irgendwas was zu eurem pc passt und dann habt ihr halt das jetzt genau ich habe da schon einiges eingestellt mikrofon die szenen genau und jetzt sind wir hier jetzt läuft da schon was und jetzt drücken wir mal auf leistin starten und jetzt ist der live stream gestartet jetzt dauert und jetzt sind wir live genau ihr könnt dann halt zum beispiel zocken oder so und dann wenn ihr wieder live schon beenden wollt dann geht einfach da drauf und stream beenden wirklich beenden stream beendet dann seht ihr hier wiedergabe maximal gleichzeitige zuschau neue abonnenten dauert zehn sekunden jaja bla 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 ähm genau dann geht dann schließe das wahrscheinlich oder guckt noch was ähm das dauert ein bisschen bis der stream äh bis der stream oben ist und dann drückt ihr wahrscheinlich auf stream stoppen und tut schließen schließen dann ist das eigentlich schon fertig aber ich schließe jetzt nicht mal weil ich ja gerade aufnehme für euch ähm genau junge dicker junge dicker bist du eigentlich komplett behindert bist du komplett dicker mein bruder sitzt da gerade da lacht junge dicker der hat einfach gefurzt habt ihr das gehört egal also jetzt zeige ich euch mal wie ihr euer handy mit dem pc verbindet oder laptop dazu muss ich kurz mein handy holen ich habe das jetzt gerade nicht da tut mir leid leute ja genau ich bin jetzt gleich da so freunde jetzt bin ich wieder da also das ist so mit handy verbinden ich weiß es nur für iphone ich weiß nicht wie es auf android geht oder bei den anderen verschiedenen bei iphone wenn ihr hoch switch aber von unten nach oben da kommt ja so bildschirm synchronisierung dann tippt ihr da drauf jetzt wird es gesucht das können doch kurz weglassen ich habe mir hier lonely screen heruntergeladen das einfach doppelt klickt und dann ist einfach das da so auch sorry ähm und dann geht ihr beim iphone auf bildschirm synchronisierung und da steht dann schon lonely screen da verbindet ihr euch das wenn ihr es zu schrieb oder keine ahnung genau geht dann könnt ihr da einfach runter also irgendwas zu schreibers oder so aber ich gehe einem immer auf later weil dann bleibt es so ihr könnt ihr auch noch den namen ändern keine ahnung und dann geht ihr einfach wartet so dann geht ihr einfach auf bildschirm synchronisieren dann lonely screen tippt einfach drauf und jetzt sind wir so ähm und dann könnt ihr halt zocken genau jungen es kommen gleich tausend nachrichten so jetzt verbindet sich genau und dann könnt ihr halt dort zocken genau und ja leute das war es eigentlich und wenn ihr dann wieder ähm wenn ihr dann wieder äh die verbindung trennen wollt wollt dann geht ihr einfach hier auf lonely screen wieder und synchronisierung stoppen und dann kommt wieder das dann könnt ihr schließen nach dem stream das läuft alles das läuft alles so ich kann euch gerne nochmal das zeigen ähm dafür müsst ihr einfach Lonely screen äh äh Airplay receiver glaube ich genau also das ist Airplay receiver und dann Download und dann für Windows könnt ihr einfach runterladen oder genau das Programm installieren und ja das war es eigentlich schon da müsst ihr nichts groß einrichten oder so ich hoffe euch hat dieses Video gefallen lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und ein Abo natürlich ähm und ja das war es mit diesem Video Ciao Ciao und Ciao Ciao